Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die besten Pfannen- und Topfsets. Vorstellen möchten wir euch drei verschiedene Sets von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen. Dabei ist einmal ein elfteiliges, ein achteiliges und auch ein sechsteiliges Set. Hier sollte also für jeden das passende Set dabei sein. Viel Spaß also nun beim Video. Mehr Infos zu den drei Sets könnt ihr gerne über die Links in der Videobeschreibung erfahren. Dort könnt ihr auch alle drei sofort bestellen. Starten wir das eigentliche Video nun aber mit dem ersten und auch günstigsten Set im Vergleich. Es handelt sich gleichzeitig auch das mit den meisten Teilen und zwar geht es hier um das Amazon Basic Kochset mit elf ganzen Teilen. Dieses ist trotz der hohen Teileanzahl für noch unter 100 Euro zu haben. Das elfteilige Edestahl-Kochgeschösset umfasst zwei Bratpfannen sowie drei offene und drei geschlossene Töpfe. Diese variieren in den Größen zwischen 1 Litern und beim großen Dampftopf bis zu 4,7 Liter. Alle sind wie gesagt aus hochwertigem Edestahl gefertigt, sind induktionssicher und natürlich auch spülmaschinenfest. Auch können alle Töpfe und Pfannen im Backofen bis 260 Grad aushalten. Die Innenseite dieser Töpfe und Pfannen ist mit einer Antihaftbeschichtung aus Teflon versehen, welche für ein sehr einfaches Lösen des Essens sorgt. Die Griffe aller Töpfe bleiben kühl und bieten immer einen bequemen, sicheren Halt beim Heben oder Tragen. Insgesamt sticht bei diesem Topfset vor allem aber das starke Preis-Leistungs-Verhältnis hervor. Sicherlich handelt es sich nicht unbedingt um Premium-Töpfe, aber trotzdem sind alle aus hochwertigem Edestahl verarbeitet und besitzen eine Teflon-Beschichtung. Vor allem aber ist es die reine Anzahl der Töpfe und Pfannen, die uns hier so überzeugt. Für noch unter 100 Euro bekommt man rein, was die Teileanzahl angeht, nichts Vergleichbares. Wer also keine Premium-Ansprüche hat, aber vor allem einfach ein gutes Kochgeschirr-Set haben möchte, der ist mit dem Amazon Basics gut aufgehoben. Mehr Infos über den ersten Link in der Videobeschreibung. Als zweites möchten wir euch das 8-teilige Topf- und Pfannenset des Herstellers StoneLine vorstellen. Genau gesagt handelt es sich um das Set StoneLine Future, welches aus einem 2,5 Liter Kochtopf, einem 4,5 Liter Kochtopf, einer Stielkasserolle mit 2 Liter Volumen sowie zwei Pfannen mit jeweils 1,5 und 2,2 Liter Volumen besteht. Auch haben die Töpfe jeweils einen großen Glasdeckel mit integriertem Sieb dabei. Mit diesen Deckeln kommt das Set auf insgesamt 8 Teile, eigentlich handelt es sich aber hier nur um ein 5-teiliges Kochset. Überzeugend tut das Modell aber vor allem durch die hochwertige Optik, die durch die Beschichtung des Modells zustande kommt. Durch diese bleibt auch im Topfset nichts kleben und das Kochgeschirr bleibt auch über längere Zeiten hochwertig und langlebig. Auch ist das Modell dadurch super leicht mit einfach einem nassem Tuch zu reinigen und natürlich auch Spülmaschinen geeignet. Dieses Topf- und Pfannenset ist auch für alle Herdarten geeignet, Induktionen, Gaskocher, Glaskeramik oder Elektrokochfeld, egal was man zu Hause hat. Natürlich sind diese Pfannen und Töpfe dafür geeignet. Zudem ist das komplette Kochtopf- und Pfannenset mit echten Steinpartikeln beschichtet, was das Kochen auch auf Naturstein ermöglicht. Das Kochgeschirr von StoneLine ist dadurch auch besonders kratzfest und langlebig. Zudem, wie gesagt, verleiht es dem Set einen ganz individuellen Look. Praktisch sind hier auch jeweils die seitlichen Ausgusslippen zum leichten Abgießen von Flüssigkeiten, sowie wie gesagt die Glasdeckel mit integrierter Fein- und Grobsiebfunktion. Ein wie wir finden sehr interessantes Set, welches nicht nur durch eine starke Optik, sondern auch durch eine hohe Qualität und viele kleinere Sonderfunktionen überzeugen kann. Mehr Infos zum StoneLine Future über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Bleibt aber auch gerne noch dran, denn als drittes und letztes möchten wir euch nun noch das Premium-Set im Vergleich vorstellen. Es handelt sich um das sechsteilige Induktionskochtopf- und Pfannenset von WMF. Genauer gesagt ist dies das WMF Diadem Plus, welches aus fünf Töpfen und einer Pfanne besteht. Dabei haben wir hier einen 1,5 Liter Bratentopf, einen 3 Liter Topf, einen 2 Liter Topf, sowie auch einen 3,7 und einen ganz großen 6,5 Liter Topf. Die Bratpfanne hat einen Durchmesser von 24 Zentimetern. Das Besondere an diesem Set ist vor allem die Materialwahl. Das gesamte Set besteht aus Edelstahl, ist aber zudem mit krummer Garn veredelt. Dieses Material sorgt dafür, dass die Töpfe besonders kratzresistent und noch langlebiger bleiben. Die Töpfe und Pfannen dieses Sets sind natürlich auch rostfrei, Spülmaschinen geeignet und auch sehr hitzebeständig bis 250 Grad im Backofen. Die Bodenkonstruktion dieser Töpfe und der Pfanne sorgt für eine gleichmäßige und auch lange Wärmespeicherung. So kann während dem Kochen auch zusätzlich Energie und Zeit gespart werden. Die genieteten Griffe der Edelstahl-Kochtöpfe bieten einen sehr sicheren Halt und werden auch während dem Kochvorgang nicht heiß. Bei den Deckeln handelt es sich hier um Glasdeckel, durch die man den Kochvorgang jederzeit beobachten kann. Der nach außen leicht geneigte Rand erlaubt hier auch ein sicheres und dosiertes Abgießen von Flüssigkeiten. Zudem überzeugen die Kochtöpfe vor allem noch durch ihr hochwertiges Design. Erst einmal wirken sie durch die Chromagan-Veredelung noch hochwertiger und sind noch glänzender. Zudem verleiht ihnen ihre leicht gebauchte Form eine zusätzliche Eleganz. WMF hat das Diadem Plus-Set für einen langfristigen täglichen Gebrauch entwickelt. Und auch wir sind der Meinung, dass man bei der Anschaffung von einem Kochgeschoss-Set, welches man ja über Jahre benutzen möchte, nicht am falschen Ende sparen sollte. Wer also das Geld hat und auch für das WMF, die er dem Plus ausgeben möchte, der kann sich gerne mal über den dritten Link in der Videobeschreibung informieren. Von dieser Reihe gibt es auch noch weitere Töpfe und Pfannen zu erwerben. Von dieser Reihe gibt es auch noch weitere Töpfe und Pfannen zu erwerben.